halli hallo hallöchen wir spielen wieder eine runde breakfast und genau heute machen wir wieder rasenmäher battle das ist mein teil alle fahren rückwärts außer ich idiot vorwärts ist nicht ob das sinnvoll ist wenn wir fahren einfach rein wir fahren einfach rein sie brennen schon ok scheiße ich habe erst ein so sie können alle geschickt ausweichen ja zwei drei vier jawohl ich werde es schaffen oder auch nicht vier fünf jawohl fünf es werden es kann nur eine geben vier Okay, wir nehmen Anlauf, würde ich sagen. Meine Karre sieht doch noch ganz gut aus. Krieg ich den, krieg ich den, krieg ich den. Ne, Mist. Oh, sorry. Es hat schon einige Verletzte und Tote gegeben. So, wir müssen... Oh, sorry. Es geht wirklich darum, es kann... Es geht so lange, bis es nur noch einer übrig ist. Das ist schwierig. Jeder will den anderen treffen. Komm, voll oben. Ich hab bloß fünf. Wie viel haben die anderen geschafft? Okay, meine Karre ist auch gleich mal kaputt. Aber ich kann bloß vorwärts gut fahren. Okay, die kommen mir natürlich immer hinterher. Die wollen mich natürlich drauf gehen sehen. So, sechs. Arschloch. So, den Rest schaffen wir auch noch. So, wieso geht der nicht kaputt? Ja, ich geb mein Bestes. Okay, ich fahr jetzt bis zum Ende. Dann fahr ich ihn voll rein hier. Wenn er mir nicht wieder hinterher kommt. Wo ist er? Och, der Idiot fährt mir immer hinterher. So wird's nix. So wird's auch nix. Ich treff ihn einfach nicht. Sorry. Ich muss ihn bloß einmal. richtig erwischen. Dann ist er da oben. Oh, fast. Das hat jetzt lang gedauert. Position eins. Sieben. Besiegt. Okay, ich glaube, wir haben noch irgendwie so eine Strecke. Wir schauen gleich mal. Ich glaube, das ist noch so eine. Da bin ich mir nicht sicher. Okay, wir machen das noch mal. Rasenmäher. Warte mal. Kann ich eigentlich in die Werkstatt mit meinem Rasenmäher upgrade? So, Rasenmäher geht weiter. Äh, okay. Wir zerstören alle. Verleut. Man weiß es nicht. Ich könnte es natürlich geschickt machen und warten. Nein, ist auch blöd. Ich habe keinen erwischt. Einer. Oh, ich muss hier raus. Aus der Menge raus. Scheiße. Zwei. Okay, vorwärts. Zwei haben wir. Oh, der zählt nicht. Ach, komm, die weg. Oh. Mist, bloß ein Streifschuss. Finkten sie uns ja durch. Fünf. Vier. So erst vier. Fünf. Schaffen wir diesmal acht. Bleiben so viel, damit uns acht... Mann. Lauter Tote hier. Sechs. Jawohl, sechs haben wir. Danke. Sind bloß noch drei übrig, oder wie? Wieder mal. Oh, Mist. Ich zerstör meine Karre selber. Oh, Mist. Ich zerstör meine Karre selber. Oh, Mist. Ich zerstör meine Karre selber. Der Bautor ist einst. Ich zerstör meine Karre. Ich zerstör meine Karre. Ich zerstör meine Karre. Die Karre. Okay. Scheiße! Schon wieder vorbei. Die sind unberechenbar. Das ist noch schwierig. Bewegliche Ziele hier. So, komm her, bleib stehen. Wie soll ich dich denn fertig machen? Oh! So, zwei sind noch. Bleib jetzt stehen! Scheiße, ich werde verfolgt! Er hat sich selber getötet. Sogar nicht damit das hier geht. Er hat die Schnauze voll gehabt. Okay. So macht man das. Sieben. Okay, jetzt probieren wir aber doch nochmal. Ähm. Das sieht noch cool aus. Uh, warte. Das müssen wir mit einem richtiges Auto machen, oder? Eliminierungsrennen, glaube ich. Das ist cool. Ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt das Richtige? Klasse C Kategorie. Okay. Hausstrecke. Hausstrecke. Hauptstrecke. Aha, Hauptstrecke. Nicht Hausstrecke. Hauptstrecke. Bone Breakers Valley. So, komm schon. Wir wollen die anderen zerstören. Meine Karre habe ich getunt. Ah, man kann so rum und so rum fahren. Das ist ja cool. Fuck. Geile Strecke. Ich fahre hier lang. Oh, shit. Oh. Nein. Jetzt fahre ich aber hier lang. Wie viele sind noch? Es sind immer noch 23 im Rennen. Scheiße. Das ist ja cool. Ich will hier lang. So, meine Karre sieht noch gar nicht so schlecht aus. Ich will hier lang. Untertitelung des ZDF, 2020 So, 21, langsam gehen sie drauf. So, wir müssen ein paar Punkte sammeln. Gewinnen werde ich hier wahrscheinlich nicht. Jawohl! Eliminiert! Boah! Shit! Wow! Helfer, schwindel! Ich sollte das auch machen, wie beim Rasenmäherrennen rückwärts fahren. 18 sind noch. Geht schon! Oh, ich bin auf jeden Fall falsch rum. Rückwärts fahren ist irgendwie blöd mit dem Auto. Was? Ich bin 17. Von 17. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fahre immer noch falsch rum. Okay, gewonnen habe ich definitiv nicht. Doch? Nein. Wo bin ich eigentlich? Irgendwo ganz unten. 17. Okay. Naja, ich bin jetzt ein bisschen knete. Also das war jetzt nicht so schlecht. Was haben wir da? Ah, das kennen wir schon. Das war eigentlich noch ganz cool. So, wir machen noch ein normales Rennen, würde ich sagen. So, zum Abschluss. Ich glaube 5 Runden, gell? Ich liebe das Spiel. Also das ist wirklich was zum Zerstören. Genau. Einfach schauen, ob wir nicht gerade die ersten sind, die zerstört werden. Wir fahren einfach rein. Geht schon. Kein Problem. Kein Problem. Den hat es genommen, glaube ich. Legt euch nicht mit mir an. So, die Reifen haben mich je gestört. Das ging ja völlig blöd. Da muss ich genau lang, wo die Reifen liegen. So. Ich will erster werden. Der Kleine ist noch schnell. Komm schon, beste Runde. Jawohl, da muss ich ihn ja einholen bald. Das sage ich ja. Ich sehe ihn schon. Ich kann ihn schon vor mir liegen sehen. Das war blöd. Oh, fuck. Fuck. Was habe ich gemacht? Vierter. Scheiße. Noch eine Runde, oder was? Ein Fehler und du bist gleich weg vom Fenster hier. Mist, Mist, Mist. Ich komme nicht mehr ran. Vier Runde. Vierte Runde. Oh, die letzte Runde. Scheiße. So, ich muss in meiner, meiner, meinen dritten Platz hier richtig harter kämpfen. Oh, der ist hinter mir, der ist hinter mir. Oh, ich komme von der Strecke ab. Verschwinde, ey. So. Oh, kommt der nächste. Haben wir auch gekriegt. Also das war wirklich harter Kämpf hier, der dritte Platz. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich brauche eine Pause. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.